Hallo, herzlich willkommen bei Buch im Süden. Heute habe ich ein Buch von Alexa Henning von Lange dabei, Die karierten Mädchen. Eigentlich ist Alexa von Lange ja sehr progressiv. Sie schreibt auch Kinderbücher, sie schreibt über Popart, aber hier hat sie sich die Geschichte ihrer Großmutter zu Herzen genommen. Clara, eine alte Dame von 93 Jahren, erzählt ihre Lebensgeschichte auf Tonkassetten. Sie ist erblindet und sitzt alleine zu Hause und ihr ist langweilig und sie erinnert sich an früher und dann kommt sie auf die Idee, die Geschichte aufzuzeichnen. Ihre Lebensgeschichte beginnt in ihrer Jugend. Sie ist Lehrerin, sie landet in den 30er Jahren, als die Nazis gerade an die Macht gekommen sind, in einem Erziehungsheim für Mädchen, was gleichzeitig auch ein Erholungsheim für tuberkulosekranke Kinder ist. Die Kinder sind alle aus armen Familien und das Heim braucht viel Geld, um diese Kinder zu unterstützen, um ihnen eine Bildung zu ermöglichen. Die Oberin, die sie eingestellt hat, stirbt dann und so wird Clara überraschend Leiterin des Heims. Sie wird auch gleichzeitig Mutter, ganz unverhofft. Ein Mädchen wird ins Heim eingeliefert, deren Mutter sich umgebracht hat und die nun alleine ist, die ihr verblüffend ähnlich sieht, auch so rote Haare hat wie sie und sie adoptiert dieses Mädchen. Leider hat es jüdische Herkunft und sie muss sie vor den Nazis verstecken. Und hier gibt es eine spannende Geschichte, die immer hin und her scheidet zwischen der Gegenwart und der Vergangenheit.